Steamworks sind einfach meine Lieblingsverpackungsfarbe. Ich glaube ich habe jetzt so 900 Filme und es sind jede Menge Wanderer in diesem Filmenthalter. Nameless Media, einfach krass. Ich stelle alles lieber in die Tränen, denn dadurch kommt die Sammlern richtig gut zur Geltung. Besessen von Charles C. Ray. Deshalb bekommt der Film von mir 5 von 5 Punkten, denn es wurde alles richtig gut. Ja, ich war wieder mal im Kino und habe mir einen Film angesehen. Das Artwork des Media Books gefällt mir richtig gut. Man hat hier richtig gut Arbeit geleistet. Viel gefällt das Artwork nicht, weil es nicht Teil 1 und 2 ist. Hi Leute, herzlich willkommen bei Bennys Movie Collection. Ja, ihr habt es bestimmt gemerkt. Ich habe ein anderes Intro, aber nur für dieses Special hier. Ich habe ein bisschen rumgebastelt und etwas besonderes gemacht für dieses 400 Abonnenten Special. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, 400 Abonnenten, eine richtig krasse Zahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Zahl mal erreiche. Das habe ich nur euch zu verdanken natürlich und dafür erstmal herzlichen Dank, dass ihr meinen Kanal so tatkräftig unterstützt, immer am Ball bleibt, immer meine Videos anschaut. Das freut mich enorm und ich bin auch ziemlich zufrieden mit meinem Kanal. Es läuft gerade alles richtig gut. Die Abonnenten steigen, die Videos werden regelmäßig geschaut und das ist natürlich klasse. Und wie gesagt, herzlichen Dank für eure Treue. Und wie ihr wisst, werden bei allen 100 Abonnenten, da wird eure Treue auch belohnt in Form eines Gewinnspiels. Auch heute wird es wieder ein Gewinnspiel geben und deshalb rede ich auch nicht um den heißen Brei rum. Ihr könnt heute was richtig cooles gewinnen, meiner Meinung nach. Und zwar als erstes das Poster zu Tanz der Teufel, welches ihr hier auch im Hintergrund sehen könnt. Dieses Poster gibt es zu gewinnen. Das Poster ist schon gefaltet, so ist es bei mir angekommen. Also wenn euch das nicht stört, gibt es das Tanz der Teufel Poster zu gewinnen. Und es wird noch ein richtig geiles Mediabook geben. Und das wird auch von Tanz der Teufel sein. Wir haben die Limited 3 Disc Edition Tanz der Teufel, das Original, Uncut und Remastered. Nach über 30 Jahren der Beschlagnahme nun endlich wieder frei erhältlich und das in bester Bild- und Tonqualität. Genau dasselbe Mediabook habe ich selbst auch in der Sammlung. Und das hier ist noch neu und OVP, also original verpackt. Und das sieht so aus. Also ihr bekommt das Poster zu Tanz der Teufel und das Mediabook zu Tanz der Teufel, welches damals von Nameless Media rausgehauen wurde. Und das könnt ihr gewinnen. Und ich werde noch ein, zwei Überraschungs-Amorays aus meinem Verkaufsvideo, welches jetzt nicht mehr online ist. Ja, ein, zwei Amorays als Überraschung werde ich dann noch zu dem Paket dazu packen. Die sind dann nicht mehr neu, aber sind in sehr gutem Zustand. Ja, aus meiner Sammlung. Und das ist das Paket, was ihr gewinnen könnt. Dafür müsst ihr mir eine leichte, simple Frage beantworten. Wie heißt dieses ganz bestimmte Buch, welches alle Tanz der Teufel Filme begleitet? Da gibt es so ein ganz bestimmtes Buch in der Filmreihe. Und ihr müsst unten einfach in die Kommentare schreiben. Jetzt wird es wichtig. Hashtag Gewinnspiel und den Namen dieses Buches. Wenn ihr nicht Hashtag Gewinnspiel schreibt, dann nehmt ihr am Gewinnspiel nicht teil. Ich will es hier nochmal erwähnen. Das kriegen viele Leute anscheinend nicht hin, dieses Hashtag Gewinnspiel dazu zu schreiben. Und dann das Lösungswort. Und wenn ihr das nicht macht, dann macht ihr am Gewinnspiel nicht teil. Auch wenn ihr die richtige Antwort da habt, dann werdet ihr am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Da muss ich jetzt leider ein bisschen fair bleiben. Also Hashtag Gewinnspiel und den Namen des Buches, welches die Tanz der Teufel Filme begleitet. Das ist die Frage, die ihr beantworten müsst. Das Video kommt heute noch raus. Wir haben jetzt den 30.8. Heute ist Donnerstag. Ich würde sagen, bis Montag Mittag um 12 Uhr geht das Gewinnspiel. Und dann mache ich die Auslosung und dann wird der Gewinner hier bekannt gegeben. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für die 400 Abonnenten, die meinen Kanal hier unterstützen. Es sind ja noch ein paar mehr jetzt. Über 407, 408 liege ich jetzt im Moment. Und wie gesagt, freut mich enorm. Ich freue mich auch immer wieder, mein Gewinnspiel raushauen zu können. Natürlich muss ich das dann aus eigener Tasche bezahlen. Aber das ist nicht schlimm. Das mache ich gerne. Weil irgendwie ist es auch ein gutes Gefühl, mal anderen was zu geben. Und ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Das war's schon für heute. Alle neuen Zuschauer, lasst natürlich auch gerne mal ein Abo hier. Ihr dürft auch am Gewinnspiel teilnehmen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. You